Hallo und herzlich willkommen zurück in Minecraft, nicht The Tech Village, ah, ich bin durcheinander, The Forest WG, Hilfe, Gott sei Dank, ich krieg meine Projekte durcheinander, ich bin durcheinander. Mit Bayerwald, ich natsch dich und Mina, hey! Und die beiden haben in der Zeit, in der ich gerade ein Hearthstone-Tournee gespielt habe, hier ganz fleißig erkundet, Alien-Technologie gefunden und sind jetzt alle schlauer als ich. Okay, ja, also wir haben eine Höhle hier, eine neue Höhle. Irgendwann geht's dann runter hier, irgendwie rechts, oder? Ging's runter, glaub ich, gell? Die Frage ist immer noch, wo kommen wir hier wieder raus? Das kriegen wir schon. Also entweder wir finden irgendwo noch eine Möglichkeit rauszukommen, um, oder wir sind hier drin halt verloren. Sollen wir an den Trainer noch schnell zeigen, wo wir waren, dann hat er das Seil. Nein, dann waren wir ja wieder alle... Ah, hier geht's noch weiter runter mit dem Seil. Doch nur die Tore zeigen. Show me the Tores, ja bitte. Ja, die können wir ihm sein, ja. Das wollte meinen Zuschauern noch nicht vorenthalten. Nein. Wo sind die gleich wieder rechts, oder, warum liegen, oder? Wartet, wartet, wartet. Ich glaub rechts runter. Ich find das hier. Ich geb das, ich verspast. Nee, die waren nicht hier, die waren hier. Ja, ja, ich lauf dir hinterher, einfach hinterher. Aber die Höhle ist schon cool, doch. Ja, die ist geil, die geht noch tiefer rein, viel tiefer. Ich glaub ich, bei mir hat Mina grad ihre Texturen, die hat beide Texturen. Da sind die Tore. Da sind die Türen. Wow. Aber da kommt leider nix. Das ist wirklich Alien-Technologie mäßig. Ja. Meine Güte. Und das, was vorhin da metallisches lag, wo Mina dachte, das ist ein Drachenripp, das ist ein Torflügel. Das ist ein Torflügel, ja, hab ich auch vorhin gedacht. Das sieht aus wie so ein Tor. Genau, ich denke auch, dass der, der, wenn du hier reingehst, hörst du ja eine Mechanik. Und ich denke mal, dass die Tore eigentlich dann irgendwann mal zugehen. Tatsache. Weil wir hier einfach die Pilotenstühle durch die Gegend fliegen. Ja. Tatsache. Ich hab jetzt keine Mechanik gehört. Meine Güte, was habt ihr hier denn gefunden? Die haben es aber auch, meine Güte. Ihr müsst ja eh wieder zurück. Hier war gar nix, stimmt, ne? Was passiert jetzt, wenn wir da unten ins Wasser reingehen? Das will ich jetzt, also wir haben eben schon eine, wir sind alle im Himmel Folge. Ja. Lass uns einfach mal das Seil runterklettern. Wollen wir noch mal nach den Getränkekisten gucken, schnell? Ich hab nämlich nur noch zwei Colas. Ich hab noch ein paar, fünf habe ich noch. Oh, Licht. Ich mach mal kurz zur Fackel. Ich hab nämlich gar nix mehr zu trinken. Wo waren denn die Getränkekisten? Links runter. Warte, warte, warte. Ich glaub hier links runter waren die. Ja. Hüpferli, hüpferli, hüpferli. So, schauen wir nochmal hier. Ach ja, das ist wirklich das Wasser, genau. Äh, warte, 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 warte. Wo seid ihr? Wo seid ihr da? Ha, ha, ha. Äh, ja, 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 ja. Warte gerade auf dich. Da lang, ja. Boah, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab Hunger, ich hab keine Ausdauer mehr. Es ist doch zum Kotzen. Du hast ja eine Vorbereitung. Ja, du, das ging jetzt hier gerade so mit Städt und aufs Spur und so. Da geht er unvorbereitet ins Überleben. Ah, hier ist Licht aus. Ja, meinst du, die auf ihrem Flugzeugabschutz konnten sich groß vorbereiten? Ja, freilich. Wir sind ja jetzt schon ungefähr... Die haben noch dran über das Ave Maria gesprochen und dann war es vorbei. Also ich glaube hier so mit Survival. Survival ist ja das übliche, dass man sich da nicht vorbereitet. Ja, Himmel, Herrgott. Himmel, Herrgott, Sakrament. Die Ding, hoff das Dickies rum. Ja klar, wir haben ja nicht gespeichert gehabt vorhin, Gott sei Dank. Ey. So, ich... Oh, dann kann ich hier noch ein bisschen einsammeln. La, 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 la. Wo sind jetzt die Cola-Kisten hier? Ja, einfach mir folgen. Ach, da hinten ums Eck mal. Also ihr habt hier ja echt was gefunden, meine Güte. Ja, richtig geil, ne? Ich würde jetzt... Hier hätte ich jetzt gerne mal so eine virtuelle 3D-Karte, dass man die irgendwie aufzeichnet oder so. Das kannst du bei uns in der letzten Folge sehen. Weil wir durchgefallen sind, konnten wir die Karte von unten sehen. Äh, cool. Jetzt brauche ich mal kurz eine Axt. Geht mit dem Stock auf. So, jetzt wird er zurück. Jetzt brennt die Fackel natürlich nicht mehr. La, 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 la. Hier ist ja noch eine Kiste. Äh, Moment. Wie das ausschaut, wenn da ein Arm aus der Wand kriegt. Da oben war nix mehr, oder? War da oben noch nicht mehr? Nein, da oben. Oh, ja, ja, ja. Das war unser Tod. Ach so. Ach, da seid ihr gestorben. Okay. Da seid ihr durch die Welt gefallen. Schön. Ja, wir sind halt ins Glory Hall gesprungen. Ich konnte es nicht lassen. Ja, 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 ja. Wir wollten die Muschigläuse besuchen. Ach, das ist dann der Ausgang, den man in Glory Hall sieht, oder was? Ja. Ah, sehr cool. Hier hier nix, ey. Ich kann euch nur irgendwie folgen. Er schwimmt nicht hier vor mir so langsam. Ich vermutlich. Ach, es ist Mina. Meine Ausdauer ist leer. Selber schuld. Jetzt wurde ich überholt von, ich natz dich. Ja, schwimmen. Jetzt schwimme ich schneller. Jetzt Andréna überholen. Ja, überholt mich doch alle. Lasst mich alle links und rechts liegen. Ist ja in Ordnung. So, lass mal Licht machen wieder. So. Fix mal was. Trinken, weil es so schön ist. War es so schlau, die Fackel anzumachen, kurz bevor ich ins Wasser stehe. Ja, das war das Beste, was du machen konntest. So, da sind unsere Muschi. Klaus, äh, Galaxian Spums, Mieten, glaube ich. Hier ist noch ein Weg. Ich weiß nicht, ob ihr den hier schon kennt. Wo? Hier. Ja, das ist ja der, wo wir ja angekommen sind. Dann gehen wir jetzt zurück. Achso. Da muss ja irgendwo noch das Seil nach unten sein. Du musst du gleich kommen, eigentlich. Hier, hier auf der linken Seite. Ja, ist das nicht hier unten? Ja, hier, 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 da. Hier liegt auch eine Luftdruckflasche, die habe ich gerade eingesammelt. Ja, stimmt. Ich auch. Juhu. Weil hier ist Wasser unten. Oh Gott. Dann können wir aber runter jetzt hier. Können wir nochmal springen und so? Überlege ich auch gerade. Ja, willst du es wagen? Willst du es wagen, Mina? Dann bauen sich die Texturen auf und es ist doch auf einmal kein Wasser mehr. Es ist nur Manuel Neuer. Hieronymoo. Jetzt weiß ich, warum die Wasserflasche da ist. Es ist Wasser. Äh. Hier ist auch nur Wasser. Da können wir wahrscheinlich unten durchtauchen. Ich packe mal kurz, äh, ich packe mal kurz, die Flair, geht eine Flair unter Wasser? Ich glaube schon, ne? Müsste, ne? Eigentlich ja. Gut, dann. Ne, wir haben ja meine Taschenlampe. Ich packe mir auch mal eine Flair ein. Wir haben ja meine Taschenlampe. Äh, hier geht es nur runter. Ja, wir haben meine Taschenlampe mit dem Ding. Ich sehe hier aber überhaupt nichts. Hier ist echt gar nichts. Unten? Ne, nur lauter Säcke, die hier rumschwimmen. Geht es doch nicht weiter. Ne, ich sehe nichts. Nicht wirklich. Schade, schade. Was ist aber blöd. Ja, mal hindern, warum geht es denn hier mit einem Seil nach unten? Warte mal. Was ist das hier? Äh. Wahrscheinlich, weil die hier noch nicht fertig sind. Ne, hier ist nichts, hier ist nichts, da ist nichts. Schade. Das ist ja blöd. Ja, ein bisschen dämlich. Ja. Dann gehen wir wieder hoch. Wir haben wieder was Unfertiges reingepackt. Ähm. Da ist eine Felswand, ne? Da ist kein Loch drin. Ne, ist eine Felswand, schade. Da oben? Das, da sieht so nach einem Loch aus, aber... Oder vielleicht soll hier irgendwann später was auf dem Untergrund sein. So rausholen muss. Kann mich damit nicht zufrieden geben. Ne. Was muss doch hier sein? Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber ich bin hier hinbekommen. Hm. Weil ich bin oben. Ja gut, ich komme hinterher. Ich auch. Mich friert es schon wieder. Ach, das geht es da nicht, das geht es da nicht. Tja, jetzt habe ich mich in eine Höhle gelotst, wo man nicht wieder rauskommt. Das ist ja super. Jetzt sieht man das Ding auch mit Rechtsklick, gell? Ich denke. Ja, jetzt, genau. Irgendwie muss man noch hier aber wieder rauskommen. Ja, da kommen wir mit Sicherheit irgendwie raus. Vielleicht geht es ja hinten doch noch weiter durch das Wasser. Ich komme hier noch nicht mal mit den Steinen hoch. Ja, ich kann auch nicht. Jetzt. Na, nur, lass mich raus. Ich muss nur kurz zu weinen anfangen, dann merkt er später das schon. Ja, also da hinten sind jetzt nur noch lustige Viecher, die uns töten wollen. Und dann war es das schon. Ja, die sind eigentlich noch nicht wirklich fertig, glaube ich. Nee. Hm. Also mit einer... Oh, wie die mich hier einfach durch die Gegend schiebt, ey. Ja, wenn du zu langsam bist, geht es ja nicht. Tja, ich, ich, ja gut, der Bayerwald hat eh gespeichert. Das macht ja, ist einfach der Unterschied, ob ich jetzt speichere oder nicht. Wir müssen schon sterben, für hier rauszukommen. Nein. Warte mal, vielleicht filmen wir noch einen Weg. Es gibt ja einen Sicherheitenweg irgendwie hier raus. Kann es sein, dass wir hier verloren wären. Hier ist irgendwas eingestürzt. Äh, was ist das hier? Du hast doch die Folgen bei Dings gesehen. Sind die da wieder rausgekommen? Ich weiß nicht, wie die rausgekommen sind. Die sind da noch drin, glaube ich. Hm. Ich glaube, die sind hier hochgeklettert dann wieder. Es sei denn, es geht hier im Wasser noch weiter. Ich weiß nicht, ob hier noch was drin ist. Kann da mal jemand runtergucken? Ich geh mal. Ja, geh mal. Ob es hier noch weitergeht? Glaube nicht. Nicht mal sehr tief. Nee. Ich hab's... Nee, geht hier nicht weiter. Hängig fest. Also müssen wir uns irgendwie beim Glory Hole rausbacken. Oder... Ist das hier? Was ist mit dem Wasser, wo wir eben schon runter wollten? Ähm, bei dieser Steinbrücke. Da könnten wir auch mal runterhüpfen, ja. Äh, ich guck gerade hier nochmal. Ich bin hier gerade irgendwie hochgekommen. Ja, aber nur ein Stück, du kommst nicht ganz hoch. Und jetzt häng ich hier auch schon fest. Ja. La, 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 la. Ja, und komm mal nicht wieder raus. Juhu. Spitze. Geh mal euch hinterher. Vielleicht geht's da hinten wirklich weiter, ja. Lass mich raus. Ja, gut. Ich, äh... Ja, ne. Bokuriegel mal essen. Nee, hier ist das Wasser überhaupt nicht tief. Ja, hier geht's nicht raus. Ist ja super. Hier geht's auch nicht raus. Ich muss jetzt echt warten, bis ich verhungert bin, ernsthaft. Auch nix. Ich muss mich mal kurz selbst umbringen. Wie schaffe ich das am besten? Ja, das kriegen wir dann schon. Das ist nicht das Problem. Umbringen, das schaffen wir. Wir heuern einfach Natsa an, der schmeißt wieder Bomben. Wo ist jetzt das andere Ding gewesen? Äh, da hinten, oder? Hier sind die Torflügel. Und hier kann man auch... Und da wollten wir ja runterhüpfen machen. Ja. Boah, ich denke, jedes Mal springen irgendwelche Viecher auf diesen Steg drauf. Ja, wegen den blöden Sesseln da. Aber ich glaube nicht, dass sie da unten irgendwie... Ah, jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich eh schon runtergefallen. Gut, dann warten wir mal, was Natsa sagt. Genau, schauen wir, was da drin ist. Ist der durchgängig hier, oder sind das zwei Seiten, die du jetzt nicht erreichen... Das sind zwei Seiten. Also du kommst auf der einen... Ah, doof. Es kommt ja auch nicht wieder hoch. Ich frage, hängst du immer noch irgendwo fest? Nein, ich tauche jetzt auf. Ich meine, ein Trainer. Ja, ich komme nicht raus. Ich bin hier... Fangen. Das ist ja doof. Ja. Hast du da unten irgendwas gefunden? Nee, oder? Nein. Tja, sieht schlecht aus, würde ich mal sagen. Tja, die hat immer... Tja, die hat immer... Fühlt's die andere? Ich hoffe, du bist auf der anderen Seite runtergesprungen. Ja. Ja, die Frauen müssen immer überleben, ne? Ja. Warum? Keine Ahnung, weil ich die einzige bitte jetzt nirgendwo festhängt. Das doch gerne in solchen Filmen so ist. Ja, ich wüsste jetzt gerne, wie ich mich jetzt umbringen soll. Wo hängst du denn fest da hinten? Warte mal. Komm mal zu dir. Vielleicht kann ich dich hauen und dann bist du wieder... Ja. Ja. Ich sehe nur leider nichts. Ich muss mal ganz kurz meine Achse anmachen. Ich bin hier an einem Höhleneck jetzt. Da geht es leider nicht weiter. Aha, ich habe mich hochgepackt. Ja, cool. Dann haben wir einen schon mal wieder gerettet. Wieso habt ihr einen schon wieder gerettet? Ich habe mich selbst gerettet. Ihr hättet mich doch da unten verrecken lassen. Ja. Da geht man ja nicht jetzt nicht mehr von der blöden Tauchpumpe. Solidarisch alle umgebracht. Oh, meine Ausdauers hinüber. Also das hier ist nicht wirklich sehr tief. Seine, du bist sauweit weg, ey. Ja. Wo seid ihr denn jetzt überhaupt hingelaufen? Also ich bin da unten im Wasser. Also ich bin da unten im Wasser. Ja, und ich laufe zu Andréna, um zu gucken, ob ich ihn anpiksen kann und er sich dann vielleicht irgendwie aus der Felsspalte bewegt. Ich weiß nicht, man muss sich da checken, wo er ist. Äh, entschuldigen wir zu essen. Ist man hier nicht auf der Seite, Bayer, oder was? Nö, schaut nicht so aus. Ich schwimme jetzt hier mal rum einfach, um zu gucken. Ich habe hier zwar Lichtscheinen und sowas, aber... Andréna, ich glaube, du bist weg. Ja, 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 komm, 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 komm. Da oben bist du. Versuch mal hier an den Steinen hochzukommen, Bayer. Ja, komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Eine Bombe werfen? Ja, ich habe es geschafft. Ja, Gott sei Dank. Natürlich sind die ganzen Wege laufen, ey. Ja, jetzt müssen wir uns töten, ne? Auch nicht. Ich will auch zurück. Überhaupt nichts mehr. Wo bin ich denn? Ja, dann ist halt alles weg. Dann ist das so. Tja. Gibt's, haben sie sich eine Höhle eingebaut, wo man nur sterben kann. Ich weiß euch. Aber das ist die Höhle geil. Ja, das stimmt. Lass uns mal gucken, vielleicht kommen wir doch irgendwie hoch. Ja, es gibt ja nicht, wenn man muss runtergehen, muss es ja auch hochgehen. Wir probieren das schon mal beim Glory Hole ansonsten backen, weil da uns irgendwo durch die Fallzweifel. Lass mal ein Glory Hole treffen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Schokorie mehr. Ich habe Schokorie mehr. Da, wo die Alte hängt. Ich habe gar nicht Schokorie mehr gegessen, die letzten. Hängen die Alte. Hier, jetzt können wir ja verschwenderisch leben, wenn alles weg ist. Aber wir sollten hier durch, genau. Oh, jetzt hänge ich hier irgendwo. Mann. Agro. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, halt, leg mich am Arsch. Ja, bei dir schon, ja. Warte mal, ich will da mal runtertauchen, weil es ist eh weischt. Da unten ist nix, da war ich doch vorhin schon. Von wie er mir hier unter Wasser sagt, ich so ne... Warst du mich am Boden? Ja. Oh. Von wie er mir hier sagt, äh, L, use lighter. Geil. Ja. Ich bin jetzt gerade unter dem Wasser. Ganz allein. What the hell? Oh, mein Stick. Ähm, ja, okay. Jetzt bin ich wieder im Wasser. Ach so, ja, das hatte Natze eben auch. Gut. Habe ich den Back auch mitgenommen. Ich kann nicht verstehen, wie ein so verbacktes Spiel so Spaß machen kann. Ja. Das ist, das ist, das ist, das ist, weil du auf die Bugs einfach auch wartest. Die sind immer auch wieder neue und spannende. Ja. Es ist wirklich, ich glaube, das ist das Spiel, das wird niemals in die Endversion gehen. Hat jemand mal das Wasser hier kontrolliert? Da ist nix. Und wir haben zu ihm einfach auf dem Wasser läuft. Ja, weil das nicht tief ist. Flachkörper macht Laune. Ja, ne, kann man ja auch, man kann es ja auch probieren. Mein Gott. Aber wo ist die, Alter, hat der Achselbehaar und der Typ hier? Weil die, oder die Hälfte von dem Typen. Ich weiß nicht, was man schon sprengen kann. Die auch einfach geschlechtslos ist. Sind die alle geschlechtslos? Ne, eben, die Frauen hatten Brüste. Ja, die Brüste, die sekundären Geschlechtswegmaler sind alle ausgebildet, aber... Ne, bei dem haben sie ihn einfach nur weggeschnitten. Soll ich es gerade sagen, du bist halt weggeschnitten. Auf der Seite weggeschnitten, okay. Aber die unsere... Ja, wo ist die andere Hälfte? Wir haben halt ein bisschen mehr ausgeholt. Die ist weggebackt. Oh, jetzt sehe ich das auch mal geil. Tja, dann gehen wir nochmal da hin. Ach, wie geil. Und springen wir gemütlich in den Tod. Oder ins Nichts, besser gesagt. Naja, also wir müssen dann das Spiel neu starten. Du stirbst nicht. Achso. Oh, das ist auch ein schönes Folgenende. Wir können aber mal gucken, wie wir da am besten rauskommen. Ist doch auch ein schönes Folgenende. Oh, Koffer. Hi. Irgendwo muss es doch hier einen Weg wieder nach draußen geben. Das gibt es doch nicht. Ja, hier unten. Ich gehe gucken. Ne, da... Ach, Natze. Da gibt es keinen Weg nach draußen. Das glaubst du. Leb wohl, Natze. War schön mit dir. Ich gehe nicht drücken. Da oben ist auch ein Höhelausgang. Siehst du das? Ja. Ja. Sehe ich auch. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Wir sind hinter den Texturen. Ach, pappalapapp. Jetzt würde ich ja gerne Kongsets Play anmachen, um zu gucken, ob die hier rausgekommen sind. Ja. Tja. Die haben nicht gespeichert in der Höhle. Die, glaube ich, sind einfach auch krepiert. Sehr schlauer gewesen, ne? Gut, ich mache dann auch mal den Jumper hier und... Ich nicht. Amina, wo bist du? Ich bin wieder zurückgegangen. Ich brauche da nicht noch mal runterlaufen. Kann das Spiel auch so starten. Neu. Also was nicht bringt, weil... Ja, das hat sich erledigt. Ich bin eher am runterfallen. Ja. Ich springe auch mal. Ja, da machen wir hier folgende Ende. Ich baue mir eine Bombe und... Äh, ich bin gerade hier wo aufgeklatscht und tot. Ja, warte, bin mit in die Luft. Ja. Ich bin gerade hier wo aufgeklatscht und tot. Ne, guck mal, Adrena hat es schon hinter sich. Ne Uhr, ne Leiterplatine und was noch? Jetzt wollte ich hier so schön runterspringen und dann sowas. Bin eben auch gestorben. Die anderen konnten mich halt wieder... Äh, Mina, was war das? Geld. Geld und Alkohol. Hm. Äh, Alkohol? Ach du Scheiße, ich habe kein Alkohol mehr. Ja, wie stelle ich jetzt? Dann muss ich eine bauen, warte. Ja, äh... Gar nicht. Dann prügeln wir uns aber vorher halbtot mit der Axt. Das war auch wirklich sterben. Ach, hier kommt Nazi vorbei geflogen. All die Klappe. Ich bin im Flugzeug, also so ist nicht, ne? Oh. Kannst du noch eine bauen? Das stimmt. Warte mal, dann lass uns aber vorher fast tot prügeln mit der Axt. Ja, warte, ich bau. Wer prügelt mich jetzt? Ach, ey. Du startest einfach neu. Ja, ich starte einfach neu. Warte, ich will die Axt noch anzünden. Ich beende jetzt hier die Folge und dann ist... Das kann ich auch machen, warte. Ich auch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.